Was ist das? Was ist das? Oh, hey, Jamie, komm. Habt ihr einen Vorschlag? Ja, der ist da. Nee, du machst eigentlich nicht jetzt. Du machst, denk ich, den Terminator. Hast du noch Tipps? Oh, ich verpreche. Ja, aber ich hätte natürlich sagen, was meine sind und da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Oh, wir haben schon genug Kohle. Ich hole mal Loadout. Hast du auch eins? Nee, ein langer liegt ja noch. Du hältst in der Ausdurchtungslieferung. Hör mal. Das ist krass. Da vorne. Panzer ab der Mine platziert. Werft uns her. Der hat noch weg. Oh, oh. Kriminelle. Kriminelle. Schnell. Ach, vor allem, Lea auch noch so sagt, ne? Ja, nee. Oh, da kommt einer. Ja, Mist hat sie gemacht. Zielgebiet. Zielgebiet markiert. Leck los. Oh. Ja, ne? Echt? Ich bin, glaub ich, echt zu nett. Du hast ja immer gebrannt. Ja, aber ich hab Angst, dass sie jetzt aufwäldern. Aber, ne. Mittlerweile hast du das für uns, oder? Oh, ich hab dich auch gebrannt. Oh, ich hab dich auch gebrannt. Mhm. Wieso ist das gar nicht mehr zu schätzen? Da hab ich ja. Da hab ich ja auch gesagt. Ja. Was hab ich mir mal gesagt? Ach, keine Ahnung, was du gesagt hast. Mit wem rede ich denn jetzt eigentlich? Wer ist ein 20er Chicken McNuggets? Oh, das bin ich. Ach, das bist du. Okay. Ja. Ach, dann bist du da drüben. Okay. Gut, gut. Gut zu wissen. Geiler Name übrigens. Ja, dankeschön. Ja. Ja. Verbündete Drohne ist mit der Luft. Radarsuche wird gestartet. Vorrat! Position sichern! Nächstes Ziel entdeckt! Prison. Aktivität! Nächstes Ziel entdeckt! DerT Car. Ist ja jetzt der eine. Entdeckt. Los geht's! Ich, ich, ich bin nicht. Alles klar, Luftschlag im Anflug. Keine Ahnung! Ich bin nicht. Ich gehe mal hoch aufs Püssen. Oh Gott, da ist Scharfschütze da oben, in dem Tower da. Feindliche Drohne über uns! Feindlicher Heli! Geben wir uns mehr Mühe! Nehmen wir neue Position... Werfe Betäubungsgranate! Mann, wer snipet? Ey, der in dem Turm da oben. Wo stellt sich da ein, ey? Platziere Claymore! Das Gas kommt! Nein, oh Mann! Dicke, warum ist denn immer noch eine? Wieso guckt der im Spot? Wieso guckt der im Spot? Wieso guckt der mit so im Auge, dass der so in der Gegend... ist da oben, ey? Das hat mich versächtet. Ehm, das hat mich versächtet. Ehm, das wird eng hier. Ehm, das wird immer noch übelste Tropfen. Ehm, das wird immer noch übelste. Aber jetzt wird es nicht passiert. Ich habe den Aktionen gesetzt. Ah, ich habe den Aktionen gesetzt. Ach, ich habe den Aktionen gesetzt. Ich habe den Aktionen gesetzt. Das Gas breitet sich aus, Sicherheitszone wird verlegt. Okay, ich chill mal kurz. Ich glaube unten, aber ich weiß es nicht. Ja, hier unten war der irgendwo. Ja, irgendwo hier sind sie. Da waren wir. Das Gas kommt. Feindliche Drohne über uns. Alle in die Sicherheitszone. Aktivität! Da kommt gleich einer hoch zu euch, glaube ich. Okay. So, liegt wohl an uns. Ich bin gerade echt ein bisschen los. Ich bin gerade echt ein bisschen los. Ich bin jetzt unten. Oh Gott. 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 Was? Oh Gott. Was? Also hier könnte ihr rein kommen in diesen Bunker vielleicht? Alle in die Sicherheitszone. Ah, Alter, wer spielt denn hier schon mit Rauchmann, Alter? Wie kann man denn so Bock auf Rauchgranaten haben? Nein, das ist nicht so. Hol jemand diese Primärgranate! Nein! Nein! Oben auf dem Dach immer alles gibt's doch nicht. Ah, ich bin neun. Für drei. Come on, guys. Der Win. Er macht es schon. Meinst du jetzt gut? Joa, mal gucken. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Kann er jetzt zeigen? Kann er meinen raushauen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Steps. Die sind alle oben auf dem Dach, ey. Ja, aber eigentlich müssten die trotzdem ganz gute Chancen haben aus ihrer Position. Auf jeden Fall. Eigentlich ist diese Zwischenetage gar nicht so schlecht, ne? Ja, aber jetzt haben wir komplett weg. Oh, okay. Oh, da rechts stand da nicht, Alter, neben ihm direkt? Ja, der steht doch direkt neben ihm da oben. Ah. Ja. Scheiße. Jetzt nicht gesehen. Naja. Oh. Top 3. Naja, gut. Ja, denn. Ach, sind schon raus die Jungs. Ne, keine Manieren. Nicht mal auf Wiedersehen, wird gesagt. Na ja. So. Tschüssi, Kosti. Top 3. Immerhin alle. Bis zum nächsten Mal.